Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkol. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Review. Diesmal geht es um die Creative Sound Blaster Omni 5.1 externe Soundkarte, die ich euch schon in einem kleinen Unboxing kurz gezeigt habe. Und das, was ihr gerade hört, ist ein kleines Feature dieser externen Soundkarte. Holla die Wallfee, wer war denn das bitteschön? Wer hat hier meine Ansage gemacht? Hm, das ist eine gute Frage. Ich kann sie euch auch beantworten. Jawohl, ich kann das, denn ich weiß es. Ich habe mich nämlich in meine Zeitmaschine gesetzt und bin dann so 40, 50 Jahre in die Zukunft gefahren und habe dann von dort aus die Ansage gemacht als 90-Jähriger und habe die Datei dann hierher geschickt mit der Zeitmaschine. Ja, toll, wer eine Zeitmaschine hat, ne? Was für ein Mist, dich da wieder erzählen, ne? So ein Quatsch, so ein Blödsinn. Ich habe natürlich keine Zeitmaschine, ganz klar, sondern ich habe eine Software benutzt. Ich habe euch ja im Unboxing die Creative Sound Blaster Omni vorgestellt und da war auch eine Software mit dabei. Und in dieser Software gibt es eine Rubrik, die nennt sich irgendwas mit FX. Ich weiß es nicht, gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall habe ich da einen Effekt eingestellt, habe dann ganz normal ins Mikrofon reingesprochen und der Rest hat die Software erledigt. Coole Sache, finde ich. Da gibt es ein paar nette Effekte. Zu einem späteren Zeitpunkt zeige ich euch natürlich noch den ein oder anderen Effekt. Natürlich. So, jetzt gibt es dann noch eine andere Sache, die ich euch erzählen wollte vorher, bevor das Review startet. Nämlich, ich benutze kein externes Mikrofon, kein extra Mikrofon, ich benutze kein Mischpult, ich benutze kein Kompressor, ich benutze kein Equalizer, sondern ich benutze nur das intern verbaute Mikrofon, der Creative Sound Blaster Omni. Ich habe euch ja im Unboxing gezeigt, dass diese Soundkarte, diese externe Soundkarte, ein Mikrofon verbaut hat, beziehungsweise zwei Mikrofone. Es ist nämlich ein Stereo Mikrofon. Linke Seite. Rechte Seite. Ich hoffe, das ist ein bisschen angekommen so. Wie sind Seiten? Ich glaube, die linke Seite nicht so gut sehe ich gerade da im Bildschirm. Ich nehme das Ganze mit Audacity oder Outer City auf. Nicht Audacity, nee, Outer City. Ja, und der Sound bleibt auch völlig unbearbeitet. Ich muss dazu sagen, ich bin relativ nah dran jetzt an diesen Mikrofone. Normalerweise steht ja diese externe Soundkarte irgendwo ein bisschen weiter weg. Ungefähr so. Dann ist die Soundkarte ein bisschen weiter weg. Und ich spreche jetzt auch automatisch ein bisschen lauter, damit ich auch noch zu hören bin. Und man merkt gleich, der Sound klingt irgendwie ein bisschen mehr mit Hall, es schallt so ein bisschen mehr. Deswegen gehe ich schnell wieder fix ein bisschen näher ran. Und wollte euch nur kurz sagen, dass ich das gesamte Review mit diesem Mikrofon von der Creative Sound Blaster Omni sprechen werde. Und der Sound bleibt natürlich komplett unbearbeitet, damit ihr seht, wie gut das Mikrofon eigentlich ist. Wenn man dann die richtige Position vom Mund und Mikrofon hat, dann kann man wirklich alles damit machen. Ein richtig gutes Mikrofon wurde da verbaut. Ich bin wirklich beeindruckt. So, jetzt aber kommen wir mal zum Review. Denn ich glaube, ihr wollt auch wissen, wie meine Erfahrungen mit dieser externen Soundkarte, mit der Creative Sound Blaster Omni gewesen sind. Und die werde ich euch jetzt versuchen zu vermitteln. Viel Spaß beim Review. Bevor wir jetzt aber zur Soundkarte kommen, werfe ich noch einmal einen kurzen Blick auf die Verpackung, die hauptsächlich in Schwarz und Rot gehalten ist. Und zur Veredelung ist die Verpackung teilweise mit silbern glänzenden Buchstaben bedruckt. Ebenfalls stehen auch die wichtigsten Feature drauf. Für seine Kohle bekommt man folgendes. Natürlich die Soundkarte, ganz klar. Außerdem ist mit dabei eine kleine Fernbedienung, dabei eine CD mit der Software und Treiber, eine Gebrauchsanweisung, sowie ein Adapterkabel Chinch Mehl auf 3,5 mm Klinke, viel Mehl. Und ein USB-Kabel. Wobei ich immer sagen muss, die USB-Kabel, die bei solchen Gerätschaften dabei sind, sind eigentlich immer ein bisschen zu kurz geraten. Wenn mal die Soundkarte ein bisschen weiter weg steht, dann hat man ein Problem mit dem Kabel. Dann ist es nämlich zu kurz. Dann muss man sich einen Adapter, ein Verlängerungskabel oder ein längeres USB-Kabel kaufen, damit man die Soundkarte auch an den PC anschließen kann. Die Hauptfischers werden ja noch einmal extra hervorgehoben auf der Verpackung. Das sind nur die wichtigsten Features, die auf der Verpackung hervorgehoben werden. Das hört sich natürlich alles super gut an, auch wenn man erstmal nicht weiß, was das ein oder andere zu bedeuten hat. Mit dem SBX Pro Studio soll der virtuelle Surround Sound noch einmal raumfüllender werden, ein bisschen mehr Volumen kriegen. Und das kann man tatsächlich auch hören. Der Klang wird irgendwie noch detaillierter, voluminöser. Crystal Voice ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen selbsterklärend. Das heißt, dass die Stimme in allen Voice-Anwendungen, egal ob jetzt Skypen oder ob man jetzt In-Game-Chat hat beim Spielen oder sonstige Audioquellen damit aufnehmen möchte, wird die Stimme deutlicher zu hören sein, klarer zu hören sein und mögliche Störquellen sollen da irgendwie ausgeblendet werden. Der Scout-Mode ist vielleicht für die Gamer richtig interessant. Mit diesem Feature soll es möglich sein, seine Gegner besser orten zu können, noch besser als zuvor eigentlich. Man kann einen Shortcut programmieren und den Scout-Mode dann entsprechend mit diesem Shortcut an- und ausschalten. Zu Dolby Digital muss man eigentlich nicht mehr viel sagen, glaube ich. Das gleiche gilt natürlich auch für das Dual-Mig. Das Dual-Mig heißt, es ist ein Dual-Mikrofon eingebaut, ein internes und da muss ich gleich dazu sagen, oder komme ich später nochmal kurz drauf zurück. Es ist vor allem ein tolles Mikrofon. Und dann gibt es da noch ein 600 Ohm-Amp. Damit kann man hochwertige Kopfhörer an der Sound-Karte betreiben. Ob der 600 Ohm-Amp nun wirklich genügend Power liefert, um einen so hochwertigen Kopfhörer zu betreiben, kann ich leider nicht sagen. Ich besitze keinen 600 Ohm-Kopfhörer. Meiner hat, der AKG hat glaube ich 55 Ohm, das ist Maximum. Und der Gaming-Kopfhörer, der hatte 32 Ohm. Und der andere Studio-Kopfhörer, der hat glaube ich auch so um die 60 Ohm. Die Sound-Blaster Omni macht optisch schon was her. Wenn wir uns die Karte mal genauer anschauen, sieht man, dass der Rahmen aus einem schwarzen, glänzigen Kunststoff besteht. Und der Body ist in einem matten Schwarz gehalten. Oben auf der Sound-Karte sieht man zum einen den Sound-Blaster-Schriftzug und darüber einen fein glänzenden Streifen, der bei aktiver Sound-Karte rot leuchtet. Sieht hübsch aus, aber sonst leider keinerlei Funktionen. Schade eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, wenn dieser rote LED-Streifen heller wird, wenn man die Lautstärke aufdreht und vielleicht dunkler wird, wenn man die Lautstärke wieder reduziert. Aber so ist es halt nur ein kleines optisches Gimmick. Der Volumen-Regler ist wirklich schön groß gehalten und ist fein gerastert. Pro Raster steigert man bzw. reduziert man die Lautstärke um jeweils zwei Punkte. Das Feedback ist wirklich sehr gut. Der Rahmen am Regler ist dann nochmal irgendwie mit einem breiten, roten Ring ummantelt. Das sieht aus wie Alu ist, aber wahrscheinlich auch nur Plastik. Aber es sieht richtig nice aus. Weiterhin findet man an der Oberseite noch die vorhin erwähnten Dual- bzw. Stereo-Mikrofone. Und diese haben es wirklich in sich. Denn sie klingen wirklich richtig gut. Ich zeichne ja das gesamte Review nur mit diesen Mikrofonen auf. Der Sound wird dabei völlig unbearbeitet an euch weitergegeben. Das heißt, ich mache keine Rauschunterdrückung. Ich mache überhaupt nichts am Sound. Der pure Sound wird so ins Video gepackt und an euch so weitergegeben. So könnt ihr euch ein echtes Bild von dem Mikrofon machen, wie das Stereo-Mikrofon wirklich klingt. Obwohl es auch beim Komprimieren wahrscheinlich auch ein bisschen verfälscht wird noch. Aber eher zum Nachteil verfälscht wird. Das Mikrofon ist wirklich extra klasse für diesen Preis sowieso. So, ich persönlich finde also das Mikrofon sehr, sehr gut. Und sie wären auch absolut für Commentaries oder sonstige Let's Plays geeignet, wenn der Abstand zur Soundkarte nicht zu groß ist. Denn wenn er zu groß ist, dann wird der Klang etwas hallig und leiser und dünner. Ich kann es ja mal euch zeigen. Ich bin jetzt ungefähr so 20 Zentimeter weg vom Mikrofon. und jetzt, wenn ich mal noch ein Stückchen weiter weg, das heißt, ich spreche jetzt automatisch ein bisschen lauter, aber der Klang an sich wird irgendwie ein bisschen halliger, ein bisschen dünner, nicht mehr so voluminös, als wenn ich jetzt dann wieder rangehe. Und dann hat er wieder ein bisschen mehr Bass. Dann nutze ich quasi den Nahbesprechungseffekt. So, das war es also für die Oberseite. An der Front finden wir da noch drei vergoldete 3,5 Millimeter Anschlüsse. Einmal den Kopfhöreranschluss mit dem Kopfhörerverstärker für 600 Ohm Kopfhörer. Daneben ist dann der Anschluss für das Mikrofon. Und dann ist da noch ein Line-In Anschluss, zum Beispiel für einen MP3 Player. Auf der Rückseite gibt es dann nochmal einige Anschlüsse zu bewundern. Zunächst ist da mal der Micro-USB Anschluss, mit dem man die Omni-Soundkarte an den PC anschließt. Daneben ist da noch der optische Ausgang, den man direkt an eine 5.1 Surround-Soundanlage oder einen Verstärker anschließen kann. Als nächstes gibt es da dann noch ein Cinch-Ausgang in Stereo, natürlich ebenfalls mit vergoldeten Kontakte, ebenso wie die daneben liegenden zwei 3,5 Millimeter Klinke Out für die Rearboxen und den Subwoofer. Das war es nun mit den Anschlüssen. Wie man sieht, bietet die Soundblaster Omni von Kreativ einige Möglichkeiten und richtig viele Anschlüsse. Auf der Unterseite gibt es dann noch vier kleine Gummipads, die die Soundkarte in Position halten. Und das klappt auch vorzüglich. Zumindest bei mir ist das so. Die Fläche solle jedoch glatt und sauber sein. Sonst rutscht sie vielleicht doch ein bisschen hin und her, weil sie an sich nicht viel Gewicht mitbringt. Nachdem wir uns die Kreativ Soundblaster Omni 5.1 Surround-Soundkarte etwas genauer angesehen haben, werfen wir auch mal einen kurzen Blick auf die mitgelieferte Software. Und der Blick lohnt sich wirklich. Gleich als erstes finden wir das SBX Pro Studio. Hier kann man den Surround-Sound anpassen und nach seinen Bedürfnissen so einstellen, wie man es gerne hätte. Hier wird mit Hall gearbeitet. Und das hört sich dann tatsächlich wie Surround-Sound an. Das funktioniert erstaunlich gut. Ein Testvideo kann man sich hier auch anschauen, beziehungsweise anhören. Einfach den Kopfhörer mal aufsetzen und dann die Aufnahme starten und schauen, was ihr so auf die Ohren bekommt. Und dabei könnt ihr dann ein bisschen am Sound rumspielen. Hier gibt es auch einige Einstellungen, wie man sieht. Man kann zum Beispiel einstellen, ob der Subwoofer auch zum Beispiel die unteren Mitten wiedergeben soll. Allerdings hat das dann einen entscheidenden Nachteil. Man kann dann den Subwoofer orten. Und das ist dann doch weniger gut. Mit Smart-Volumen kann man einstellen, ob zum Beispiel lauter Geräusche gedämpft werden sollen. Das wäre vorteilhaft zum Beispiel, wenn man nachts zockt und Granaten fliegen einem um die Ohren und irgendwelche Explosionen, die werden dann abgedämpft. Wenn man Kopfhörer auf hat, ist es nicht ganz so tragisch. Aber wenn man natürlich mit Boxen spielt, man sagt, ich möchte meinen vollen 5.1-Surround-Sound hören, dann ist das natürlich richtig praktische Sache, wenn dann die lauten Geräusche gedämpft werden. Ganz unten gibt es dann noch den Dialog Plus. Damit kann man einstellen, dass man besser zu verstehen ist, einfach klarer zu verstehen ist. Das nächste Feature nennt sich dann Crystal Voice. Das habe ich schon mal ganz kurz angesprochen. Wenn man das interne Stereo-Mikrofon der Soundkarte benutzen möchte, rate ich dazu, den Mic-Verstärker unbedingt einzuschalten. Sonst ist das Mikro doch relativ leise und man versteht kaum was. Und vor allen Dingen, es entsteht Rauschen, wenn man dann zum Beispiel Auto City was lautstellt, rauscht es halt. Mit dem Schieberegler kann man dann noch die Lautstärke des Mikros einstellen. Wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich bin doch ein bisschen zu leicht, dann nutze ich an der Soundkarte Omni 5.1 in der Software den Schieberegler und mache das Mikrofon einfach lauter. Ich habe es bei mir zum Beispiel auf ca. 80% stehen. Das ist eine ganze Menge, aber das muss auch sein. Crystal Voice ist bei mir ja gerade aktiviert und auch das FX ist bei mir eingeschaltet, wie ihr sehen könnt. Eine kurze Kursprobe habe ich euch ja schon ganz zum Anfang vorgespielt. Die Begrüßung, ihr wisst noch, könnt euch erinnern, ja. Und jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen Nachschlag. Ein paar Effekte habe ich mir rausgesucht und die will ich euch jetzt natürlich vorführen. So, wie anfangs erwähnt, zeige ich euch noch ein paar kleine FX-Effekte, die diese kleine Soundkarte bietet. Eine richtig feine Spielerei. Das hier ist zum Beispiel der Effekt Mann zu Frau. Das hier ist der nächste Effekt, der nennt sich Roboter. Ich spreche in das Mikrofon ganz normal rein. Ich verändere meine Stimme nicht und ich ändere auch die Stimmlage nicht von meiner Stimme. Ich spreche wirklich ganz normal rein und das kommt dabei raus, wenn man den Effekt Roboter eingestellt hat. Eine coole Sache, richtig witzig. Hallo, ich bin der kleine Sandwinkoll und ich bin jetzt da am Mikrofon. Ich spreche da jetzt mal rein und das ist der Effekt zwei freche Kids, ihr Pappnasen. So, ein, ein habe ich noch, ein habe ich noch. Das ist der Effekt Dämon und so hört er sich an. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, das ist jetzt aber wirklich der letzte Effekt. Dieser nennt sich einfach nur schlicht und ergreifend Zwerg. So hört sich also ein Zwerg an. Das wollte ich schon immer mal wissen. So, ich denke, wir belassen es jetzt mal dabei. Ihr habt jetzt einige Effekte mal gehört, was das kleine Ding kann. Das hier ist zum Beispiel noch ein Effekt, der nennt sich Marine. Aber damit soll es jetzt wirklich gut sein. Ich finde, dass diese kleine Soundcard von Kreativ, die Omni, einiges zu bieten hat. Das solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen. Ich bin beeindruckt, mir gefällt das kleine Ding und die Spielerei ist auch ganz nett. Natürlich braucht man sowas nicht wirklich. Aber wie gesagt, eine nette Spielerei ist es allemal. Mit Smart Volumen hat man den gleichen Effekt wie bei den Lautsprechern. Wenn man zu laut schreit, wenn einem irgendwas auf den Sack geht und man fängt an rumzuschreien, dann werden auch die Stimme, die Schreie, die lauten Geräusche einfach etwas abgemildert. Zu Noise Reduction braucht man glaube ich auch nicht viel zu sagen. Diese Einstellung reduziert das Rauschen und unerwünschte Nebengeräusche. Mit Fokus kann man das Mikrofon Stereo-Feld einstellen. Zum Beispiel man kann es vergrößern oder verkleinern. Standardmäßig ist der Fokus auf 30 Grad eingestellt. Und hier kann man den Scout-Mode aktivieren und man kann eine Zugriffstaste konfigurieren. Also zum Beispiel die F1-Taste schaltet den Scout-Mode an und die F1-Taste schaltet den Scout-Mode wieder aus. Das geht also wie bei den neuesten unprogrammierbaren Tastaturen. Funktioniert einmal frei. Ich habe auch schon gehört, dass dieser Scout-Mode schon in Richtung G tendieren würde. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich selbst kann es nicht wirklich glauben, weil es gibt ja auch bei diversen Kopfhörern, zum Beispiel Turtle Beach hat da auch so eine Einstellung, da hört man die Fußschritte etwas besser und so weiter. Deswegen glaube ich, dass dieser Scout-Mode auf keinen Fall als Cheat bezeichnet werden kann. Unter dem Scout-Mode ist dann die Einstellung für die Lautsprecher und Kopfhörer. Ich habe bei mir Kopfhörer eingestellt. Man kann hier wählen zwischen Kopfhörer, Stereo oder 5.1 Surround. Wenn man auf Letzteres stellt, hat man noch einige zusätzliche Einstellungen. So zum Beispiel kann man einzelne Lautsprecher ein- und ausschalten. Oder wenn man Vollbereichs-Lautsprecher nutzt, dann kann man auch hier einstellen. Entweder nur die Front-Lautsprecher oder die Surround oder alle Lautsprecher gleichzeitig. Das sind diese großen Boxen. Also wenn man richtig große Boxen-Systeme hat, das sind Vollbereichs-Lautsprecher. Nicht die Satelliten-Lautsprecher, sondern Vollbereichs-Lautsprecher. Und die kann man da eben so ganz praktisch einstellen. Ausschalten, anschalten, testen, ob alles funktioniert. Unten gibt es dann noch das Bass-Management. Hier kann man einen Subwoofer-Verstärkung aktivieren, wenn man mehr Bums braucht. Und mit dem Schieberegler könnte man den Subwoofer auch höhere Frequenzen zuteilen. Das habe ich euch schon mal erzählt. Und das hier ist die gleiche Einstellung. Das kann nützlich sein, wenn man wirklich nur richtig kleine Satelliten-Boxen hat, die überhaupt keine Frequenzband bieten. Kein gescheites. Dann kann man das machen. Der große Nachteil, wie schon oben erwähnt, ist halt einfach, dass man den Subwoofer mit höheren Frequenzen orten kann. Deswegen, wie gesagt, macht das nicht. Holt euch gescheite Boxen, dann braucht ihr den Subwoofer keine höheren Frequenzen zuordnen. Und dann kann der Subwoofer auch nicht geortet werden. Und dann gibt es da noch einen Kino-Modus. Mit dem aktivierten Dolby Digital Live soll man ein besseres Klangerlebnis haben. Es soll wie im Kino sein. Für mich klingt das schon sehr gut, aber wirklich nicht wie im Kino. Noch lange nicht wie im Kino. Auch wenn man, ich meine, Dolby Surround klingt zu Hause schon richtig geil, richtig fit. Und das mit dieser Einstellung klingt nochmal einen Tacken besser. Aber im Kino ist es nochmal um einiges besser. Die haben ja auch, glaube ich, sogar 7.1 Surround und kein 5.1. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber okay. Jetzt kommen wir noch kurz zum Mixer. Hier kann man einzelne Bereiche laut und leise machen. Oder auch muten. Auch das Dual-Mikrofon. Unter Rack kann man dann noch ein wenig mehr einstellen. Nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Balance. Bei Mikrofon kann man noch die Verstärkung aktivieren. Das kann man auch weiter oben bei Crystal Voice, glaube ich, kann man die auch aktivieren. Und ebenso kann man hier alles oder einzelne Bereiche stumm schalten. Der Equalizer, naja, was soll ich dazu sagen, ist selbsterklärend. Da kann man noch ein bisschen mehr Bass reinhauen, ein bisschen mehr mitten oder auch eigene Profile erstellen und speichern. Und das war es eigentlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, ich glaube, jetzt bin ich wirklich durch mit der Soundkarte. Mit der Software bin ich auch durch. Ich habe euch so ein bisschen was gezeigt. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann, ihr wisst ja, könnt ihr die wie immer unten in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche sie dann nach bestem Wissen zu beantworten und euren Wissensdurst zu stillen. Das war es jetzt für das Kurzreview mit der Kreativ Soundblaster Omni 5.1 Surround Soundkarte, externe Soundkarte, soll man ja sagen. Tschüss, bye, bye, winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Hier war euer Sanfinkoll. Bye, bye.